Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2070. Tristan, ich habe letztes Mal Werkzeugproduktion gebaut, aber die reicht ja nicht. Produziert nicht so richtig. Doch, die produziert ordentlich tatsächlich. Aber ich glaube halt nicht, dass es reicht für... Wobei, ich habe halt da jetzt auch noch eine stehen. Ich werde halt die Häuser mit dem, was die hier selber produzieren, mal upgraden. Aber du brauchst halt für ein Haus sechs Werkzeuge. Das ist insane. Und zwei Carbon, aber die zwei Carbon gehen ja noch. Habe ich hier eigentlich Carbonproduktion? Nö. Also das heißt, ich muss das Carbon auch noch herschiffen. Was könnte ich eigentlich mal machen? Ich mache einfach weiter und einen alten Forschung. Das passt schon. Hast du eigentlich mehrere Akademies, oder? Oder hast du nur eine gebaut? Eine Akademie. Okay. Also so wie ich auch. Tristan hat schon mehr Residenzen von Genies abgegradet. Ja, irgendwie... Tristans Insel ist schon auch irgendwie geil. Alles so cramped, full ist. Es ist zwar terrible zum Bauen, wenn du noch... Dann denkst du, okay, wo klatsche ich jetzt noch mal Tee hin? Ja gut, das ist... Und darum muss ich mir ja keine Sorgen mehr machen, weil ich nicht noch viel mehr Dings-Eco-Leute brauche. Ja, ja, aber allgemein. Allgemein. So ein Tristan hat Sorgen ist so, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, du brauchst noch eine Fettschmelze. Oder du brauchst noch Reis. Oder du brauchst mehr Energie. Oder sonst... Wobei, Energie ist kein Problem mehr, weil... Energie ist es nicht mehr. Ja, ja, aber keine Ahnung, du brauchst mehr Öl. Weil du nicht genug Kunststoff hast, oder sowas. Deswegen andere Insel. Ja. Und Julian denkt sich jetzt so, ja, warum habe ich eigentlich beide Städte abgerissen? Ich habe da jetzt unnötig viel Platz. Aber das Problem ist halt, ich hätte nicht alle Monum... Also ich hätte es nicht hingekriegt, alle drei Monumente hier zu bauen. No way. Also nicht mit den drei Bevölkerungen. Ich hätte wahrscheinlich die Tags nicht auslagern müssen, aber hey. Wieso, kann ich eigentlich... Warte mal, ich kann hier hinten eigentlich... Ich brauche einfach noch mehr Dings. Ich brauche einfach noch mehr Dings. Produktion. Warte mal, hier kann ich eigentlich Hafenbehörden setzen. Dann kann ich bei Bedarf noch... Oh, die kosten aber viel Werkzeug. Okay, der war meint. Ich warte mal noch ein bisschen. Du hast kein Werkzeug. Stelle zu geben. Ja, aber ihr... Was habe ich denn hier... Munitionsfabrik ist stillgelegt. Oder kann ich stilllegen? Die Betonfabrik... Pfff... Interessiert nicht. Ich kann das Stahlwerk mal stilllegen. Aber ich habe zwei Schmelzen. Zwei Schmelzen reichen doch für vier Werkzeugfabriken. Oder bin ich doof, Tristan? Reiche ich für irgendwas anderes noch Stahl? Carbon, nö. Stahlwerk habe ich jetzt stillgelegt. Ah, Hightech-Waffen. Aber es ist doch auch stillgelegt. Hä? Verstehe ich nicht. Es scheint gewisse Probleme auf der Baustelle zu sein. Ja, ihr habt ja kein Werkzeug auf der Baustelle. Es tut mir leid. Aber... Aber wie war es? Meine Tycoon-Insel produziert genug Werkzeug, dass ich euch ein bisschen Werkzeug bringen kann. Und dafür transportiere ich Bauzellen rüber. Weil ich zu geizig bin, noch mal Baustelle in Produktion zu bauen. Ja, vollziehbar. Ja... Brauche halt länger. Aber ich kann ja da welche abziehen. Passt schon. So, und dann kann ich hier jetzt noch mal zwei Werkzeugfabriken hinsetzen. In der Hoffnung, dass es erstmal genug ist. Hust. Und eigentlich kann ich mal anfangen, Straßen abzugraden überall. Wo ich es noch nicht getan habe. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Autosave. Bitte aufmachen. Was? Ich muss irgendwelche Gleitschutzaufgaben machen? Gar kein Problem, mein Freund. Nehmen Sie den Pile-Sender. Hm. Ja, das krieg ich hin. So, hat Trenchi irgendwas Tolles noch? Ja. Ich re-rolle mal bei Trenchi, Tristan. Oder hast du was gebraucht? Nö. Ja, nö. Schade. Schade eigentlich. Neuro-Implantate produziere ich jetzt genügend, oder? Ja, da muss ich auch noch mal schauen gleich. Aber hey. Ich wollte ja eigentlich Werkzeug sparen. Schaffen Sie dieses Problem. Die Firma erwartet Ergebnisse. Die Firma erwartet Ergebnisse. Die Firma erwartet Ergebnisse. Hä? Ich hab doch die Eskorte. Müß ich näher ran? Hä? Ja, ich hab doch das... Ich hab das Schiff eigentlich als Korten-Dings angemacht. Ah, okay. Es fährt jetzt. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Kann ich nur ein... Hä? Die Quest ist auch Buggy, Tristan. Ja, ich hab das Gefühl, gerade sind einige Quests, Buggy. Warnung. Fahrzeug unterbeschritten. So, ich... Das schiff, das ich eskortieren will, es fährt einfach nicht los. Es ist zwei Meter gefahren und dann ist es stehen geblieben. Oder muss ich vorausfahren? Oh, ich muss vorausfahren? Wie bescheuert ist denn das? That's new. So, Julian hat jetzt seinen Abschnitt fertig. Hab ich schon. Ich hab gar nicht geschaut. Aber mir hat er gerade irgendwas gesagt. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja, ja, hab ich. Ja, jetzt brauch ich Holz. Yay. Das hab ich zum Glück genug. Dann kann ich die Bauzellen rüberkachen. So, und Carbon kann ich auch rüberkarren. Zu den Tags. So, da wollte ich noch eine Hafenbehörde bauen. Warte mal, ob ich da eine Fischhütte hinsetzen will. Wie breit ist die denn? So breit. Ah, okay. Also nicht ganz am Rand. So irgendwie. So, und jetzt brauch ich wieder zehn Werkzeuge. Okay, immerhin. Hier wird effizient gearbeitet. Immerhin bei den Tycoons, Tristan, wird das Monument halbwegs schnell gebaut. Weil da ist genug Zeug da, wenn ich immer mal wieder Bauzellen nachschiebe. Das ist schon mal schön. So. Aha, das, die, 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 die Quest ist echt bescheuert. Also das, ich wusste nicht, das ist neu. Was ist neu? Ich, ich, ich musste noch nie mit meinen Schiffen vorausfahren. Ja, ich, ich, das ist, I don't know. Es ist, als ob er mich begleitet. Ich will dir Begleitschutz geben. Mit einem Scheiß-Handelsschiff. Zu schützendes Schiff. Ja, aber. Ah, nee, ich hab'n Pile-Sender drauf. Okay. Hä, aber, ich versteh's nicht. Also, er folgt eher diesem Schiff, oder was? Aber ich weiß gar nicht, wo. Vielleicht hast du irgendwie, keine Ahnung, musst du vorausfahren, um in den Reihen zu fahren, die da theoretisch liegen könnten. Nee, ich bin, ich hab'n Pile-Sender an Bord. Und er folgt dem Pile-Sender. Verstehe. Okay, okay, okay. Macht Sinn. Es macht doch irgendwie Sinn. Aber ich weiß nicht, ich kann halt in jede... Ich muss halt hier hin. Und nicht woanders. So, weil... Das Schiff, das ich begleiten muss, folgt dem einen Schiff von mir. Aber ich muss das Schiff, das ich begleite, beschützen. Ey, ganz komisch. Da fährt jetzt so ein... Ein Raider fährt voraus. Und die anderen Schiffe begleiten das Schiff. Ganz komische Quest. Ganz komisch. So, das ist schon mal... Lagekapazität erreicht. Unmöglich. So. Dann... Bauen wir hier nochmal eins. Und dann bauen wir hier nochmal... Ich guess, ich baue einfach mehr Werkzeugproduktion. Warum nicht, ne? Was spricht auch dagegen? So, dann kann ich hier nochmal ne Erzader hinmachen. Baumöglichkeiten erweitert. Oh, jetzt kann ich Bionikanzüge machen. Geil. Produzierst du die, Tristan? Nee. Komplett unnötig, oder? Guck dir mal an, was du da produzieren musst. Oh, geil. Oh, geil. Da kann ich endlich Biopolymer machen. Träumchen und Exoskelette. Mmh, mmh. Ganz toll. Da hab ich... Du hast Biopolymer auch noch für Service-Bots brauchen würdest. Ja, ja. Ein Hinterhalt. Der krasseste Hinterhalt aller Zeiten. Oh, so lächerlich. Könnt ihr das einfach mal versenken? So, ist das eine Schiff eigentlich... Ja, das ist schon... Vielleicht eine Insel, wo ich theoretisch Mais abbauen könnte. Ah, hier. Tatsächlich. Faszinierend. Theoretisch Mais könnte ich auch abbauen, aber... Ich hab mir so gedacht, so... Nee, lass mal. Nee, heute nicht. Hey, lass mal. Ich glaub, ich mach das auch einfach nicht mehr. Ich glaub, ich... Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab bis dann. Und schau, dass das funktioniert, oder? Wie war das? Ich würde halt ganz gern, äh... Aber ich brauch halt noch... Ich brauch halt noch unendlich viele dafür. Äh, ich brauch auch noch mehr Energie. Äh, die Kälterei stellt nichts mehr her. Weil ich nicht genug Trauben hab. Watt? Vermutlich. Daran wird's liegen. Zwo, vier... Aber ich hab vier Kältereien und vier Traubendinger. Reicht das nicht, wo ich's doppelte? Eins, zwei, drei... Vier, vier und drei Traubendinger. Äh, drei Kältereien. Also, ich hab... Ich hab vier Kältereien und drei Traubendinger. Aber meine Kältereien arbeiten auch mit 132%. Äh, meine... Äh, meine Weindinger. Ja, meine mit 128, aber... Vergess ich, ich brauch noch ein Weinding. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, nicht mehr so ist sehr. Äh, süß. Ja, ich glaub, ich brauch einfach noch ne Dings. Ich brauch einfach noch ne... Äh, hier so ein Weinding ins Moments. Äh, was hat es? Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Die Firma erwartet Ergebnisse. Ähm. Ja, aber ich hab jetzt... Das erst zu einem begleitet, oder? Man muss jetzt noch ein zweites. Ja, du hast das hier. Okay, okay, okay. Ja, die Quest ist ein bisschen weird, aber... Ich hab sie verstanden. Danke, Game. Ähm. Oh, ich hab tatsächlich ein bisschen Werkzeug über hier. Was ich das mal sag. So, das karre ich direkt rüber. Boah. Dann können wir da nämlich noch ne Werkzeugproduktion bauen. Und ich hoff eigentlich... Reichen meine Waren? Boah, ich brauch noch mehr funktionelles Essen. Boah, ich... Ach so, ne, ich hab immer noch nicht die Dinger fertig gebaut, ne? Ich hab immer noch zu viel Algen, oder? Ich hab eins, zwei... Drei, vier, fünf, sechs Algenfarm, Aquafarm. Und eins, zwei, drei... So, jetzt muss ich den Beweis noch zurückbringen. So, okay, 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 okay. Äh, danke, dass du mich beim Zählen unterbrochen hast. Eins, zwei. Eins, zwei. Nochmal eins. Das hier hat eins. Ja, mir fehlt eins. Okay. Das hab ich jetzt. So, das... Dann, ähm... Ja, so langsam ist der Unterwasserplatz dann doch schon begrenzt, ne? Ciao, Trenji! Können wir mal hier vielleicht noch mal Algen anbauen. Oder hier so? Ne, hier kann ich keine Algen machen. Ähm... Was ist hier? Ah, könnte ich noch mal Algen machen. Boah, okay. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Drei, vier, fünf... Drei, vier, fünf... Drei, vier, fünf... Oh, Tristan sein ist komplett fertig. Nett. Nett, Tristan. Aber die sind nicht so beeindruckend wie das Echo-Gebäude, muss ich auch wieder sagen. Drei, vier, fünf... Drei, vier, fünf... Drei, vier, fünf... Ja, das ist... Ja. Das ist halt nicht so ein architektonisches Meisterwerk, aber... Ich mag das, dass das so ein Twin Towers-Ding hat. Ja, das... Da kann man schön Flugzeuge reinfliegen. Und damit... Das, du Rapsolz in der Ruhe. Damit... Damit, äh... Lass das mal jetzt mal so stehen, Tristan. Und bitte bei Tristan auf dem Kanal kommentieren. Nicht bei mir. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.